Das ist immer dieselbe Frage. Wie kann ich dieses Leben bestehen? Mit Würde und Anstand, dass ich als Mensch durchkomme. Nur dieselbe Frage. Wie machen? Welche von euch soll ich als die erkennen, die uns am meisten liebt? Das Bier am reichsten beschenken, wo Natur wettreifert mit Verdienst. Ich denke, die Frau nicht zugesehen wird. Ich bin die Frau, die sich weggeschaut hat. Ich komme, um mich für immer zu verabschieden. Es ist... Es gibt jemand... Also endlich... Da muss ich erst mal gucken, wie man so ein Betreuungsbett umgehen muss. Fragen Sie. Ich habe keine Angst. Mein Herz schlägt mit deinen Versuchen. Immer wieder. Günter Abgeordnete. Fuck. So. Untertitelung des ZDF, 2020